Wir sind hier in Schaffhausen und feiern, man kann schon sagen feiern, heute in Tourstadt, unserer Green Machine Tour. Ich mache da eine Schokoladen-Diät, aber jetzt habe ich hier Trauben entdeckt. Aber der Torbett gemeint, das ist der gute Zucker. Nein, in der Schweiz darf man auch mal Schokolade essen. Sehr gut! Gleich geht es los, in 20 Minuten ist es soweit, bereits jetzt spielt die Vorband, doch wir gehen sogleich auf die Bühne bei der ersten Show, unserer Tour zu unserer neuen CD, The Green Machine, im Jahr 2024. Wir freuen uns sehr! Ich sage mal, die Maschine läuft, die Maschine ist jetzt angelaufen. Was ist das schlecht? Das ist nicht schlecht, du weißt? Nein, das ist nicht schlecht. Das gibt mir Hoffnung für die Zukunft. Und das schön! Ah, aus Gott sei Dank! Wunderbar! Wir sind mit unserem Transportgerät eben angekommen, und dieses ist hier hinein. Das wird eng heute. Gleich geht die Show los, zweite Show mit der Green Machine, wir freuen uns. Wir freuen uns auf den Deutschlandshows, ab 11. April, sechs Wochen lang oder so. Jede Menge Konzerte. Bis dann, wir sehen uns. Ciao! 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 Ciao!